Hallo liebe Deutsch-Lehrner und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon wisst, mein Name ist Manocehi. Wir lernen Deutsch. Hallo liebe Deutsch-Lehrner und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst, mein Name ist Manocheh-Lehrner, und wir machen die Hormone. Wir lernen uns und lachen, wir wollen die Zeit nutzen. Gut, heute bin ich in der Zeit der Runde. Das ist der Zeit der Runde. auch heute russ haben wir schon Artikel aga die Bosha, wir gehen ki, amin die Zeit einmassen an, wachten ki mir den, die Tageszeit, amin die Reistik oder im Walen, schon die Artikel die wir in der Zeit kommen, und gut, der Morgen, der Morgen, der Morgen, so ein Artikel das ist, die Artikel, die wir immer wieder in der Artikel bekommen haben, wenn es nicht gut ist, 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 wenn es nicht Der Vormittag, Peshazabit. Der Mittag, Abit. Ich bin auf Namos und Peshin. Der Nachmittag, Bad, Abit. Der Abend, Begur. Die Nacht, Scha, die Mitternacht, nicht mehr ist, okay? Die Tageszeit. Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, die Nacht, die Mitternacht. Hoffen nicht auf bessere Zeiten. Und wir haben uns sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben uns sehr gut. 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 Wir sind ganz gut. Wir haben uns sehr gut. Wir haben uns sehr gut. Wir haben unsere Heiligen, meine Heiligen, die Kirche ausgegeben. Mein Name ist Mann influencer. Mein Name ist Mann und ich. Ich komme aus Tatschikistan. Ich bin von Togikistan gekommen. Ich bin von Togikistan gekommen. Okay. Ich weiß nicht, dass ich ein wenig zu sagen kann. Nein. Okay. Wenn wir ein wenig zu sagen, dann können wir verstehen, was wir machen. Das heißt, ich hoffe, wir machen das. Ich mache das. Ich mache das. Ich möchte euch mal auf ein paar Zeit und es ist ein Lieblingsberat. Ich weiß, was ich tun? Okay, ich sage euch mal, Haufe nicht auf ein paar Zeit und es ist ein Lieblingsberat. Ich weiß, was ich habe gemacht. Ich weiß, was ich machen. Ich kann mich sehr gut ausprobieren. Ich kann mich sehr gut ausprobieren. Ich kann mich sehr gut ausprobieren. Ich weiß, dass ich nicht mehr ausprobieren kann. Ich möchte immer die Menschen mit dem Ausbildung anbieten. Ich möchte immer die Ausbildung zur Ausbildung und den Raffiq und die Gespräche über die Menschen mit der Arbeit gehen. Ich möchte die Menschen sehr gut über die Lehreien lernen. Wenn sie die Ausbildung, die sie in der Ausbildung anbieten können, dann werden sie mit 4 Jahren in der Ausbildung anbieten können. Oder nur die Kitschrift, die sie mit der Ausbildung anbieten können. und das ist natürlich nicht mehr, die Ausbildung der Reisung zu sehen, denn die Ausbildung der Reisung ist nicht gut für die Reisung von den Reisung. Die Reisung wird sehr schwer, und ich hoffe, dass die Reisung für die Reisung der Reisung der Reisung zu sehen, dass die Reisung gut die Reisung ist, denn wir können auch einfach sagen, dass die Reisung nicht gut zu sehen. Nur wenn die Reisung nicht, wenn man einen Reisung hat, wenn du in die Schweiz bist, ich habe eine Kunde gefragt, dass du es nicht mehr zu tun. Du bist nicht mehr so, wie sie mit dem Fall abhaut. Dann sagst du, wenn du eine Kunde hast, dann sagst du, wenn du ein Kunde hast. Dann sage ich, ich habe ein Kunde. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Todidor, Juh.